Katzenkrankheiten Hinter unserem Haus findet sich manchmal ein guter Bissen. Ein Heringskopf, ein Höhnerbein, ein Knochen oder dergleichen. Das duftet immer so gut und vielversprechend. Dorthin habe ich am nächsten Morgen Kiki geführt. Es war doch meine Pflicht, sie zu warnen. Pass auf, Kiki, sagte ich. Das alles, was du hier liegen siehst, ist strengst verboten, ins Maul zu nehmen. Als ich noch klein und unerfahren war wie du, bin ich öfters hierher gekommen und suchte mir immer von den duftenden Dingen etwas aus. Aber das war ein großer, großer Fehler. Ich packte das Zeug immer mit den Zähnen und eilte damit nach Hause ins Körbchen. Wenn der Unserige es dort fand, sagte er immer Aber Pfui! Und warf es hinaus. Ich suchte es mir draußen wieder und wenn er nicht aufpasste, brachte ich es schnell zurück. Er sagte wieder. Pfui! Und warf es abermals hinaus. Er war ärgerlich, ich war auch ärgerlich. Er wusch sich die Pfoten und ich knurrte zornig. Trotzdem habe ich immer und immer wieder solche verbotenen Dinge herbeigeschleppt, bis ich eines schönen Tages davon krank wurde. Ich bekam heftige Bauchschmerzen, hatte eine heiße Schnauze und konnte überhaupt nicht mehr fressen. Da verkroch ich mich in mein Körbchen, denn mir war Sterbenselend zumute. Aber der Unserige nahm mich heraus und trug mich weit fort. Er brachte mich in die Höhle eines anderen Menschen, der ganz weiß gekleidet war. Der betastete mir die Schnauze und schaute mir in den Hals. Dann nahm er ein dünnes, glänzendes Röhrchen, steckte es mir hinten hinein und stell dir vor, plötzlich hatte ich zwei Schwänze. Nach einer Weile zog mir der fremde Zweibeiner das glänzende Röhrchen wieder heraus und betrachtete es. Dann haben wir uns lange gegenseitig angeschaut, er traurig und ich auch traurig. Ich war überzeugt davon, dass ich sterben musste. Danach steckte mir der weiße Mann eine kleine gelbe Erbse ins Maul, aber als ich darauf biss, war das so bitter, dass ich mich geschüttelt habe und sie gleich wieder ausspuckte. Der weiße Mann hat unzufrieden gebrummt und dann hat er unserem Menschen eine ganze Handvoll von diesen bittern Erbsen mitgegeben. Der Unsrige nahm mich wieder auf den Arm und trug mich nach Hause. Dort angekommen, hat er mich immerzu gequält. Er wollte unbedingt, dass ich diese bittern kleinen Erbsen fresse. Ich habe mich gewehrt, habe geschrien und gekratzt und nicht eine einzige geschluckt. Ich fand es sehr rücksichtslos, dass er mich auch noch quälte, wodurch mein letztes Stündlein ohnehin bald gekommen war. Was nützte es dann, wenn er mich hinterher streichelte und leise auf mich einredete? Ich wünschte, in Ruhe gelassen zu werden. Deshalb legte ich den Kopf auf die Vorderpoten und schloss die Augen, als wollte ich schlafen. Ach, Kiki, ich fühlte mich so elend und schwach. Kiki hörte mir atemlos zu. Sie fing fast an zu weinen. Zufrieden erzählte ich weiter. Später zupfte mich jemand behutsam am Bart. Unter großer Mühe öffnete ich die Augen und sah, dass der Unsrige wieder da war. Und ich sah auch, dass er wieder solch eine kleine Erbse in der Hand hielt. Jetzt war mir schon alles einerlei. Er öffnete mir mit der einen Pfote das Maul und ließ mir eine von diesen Erbsen geradewegs in den Schlund fallen. Ich konnte sie nur noch herunterschlucken. Und siehe da, diesmal schmeckte sie überhaupt nicht bitter. Der Meinige lachte mich an, streichelte mich und ging weg. Gleich darauf bin ich wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen brachte er mir wieder solch eine kleine Erbse. Nun wusste ich schon, dass man diese Dinge nicht zerbeißen darf und habe sie wieder bloß runtergeschluckt. Na siehst du, es geht ja immer besser, sagte der Unsrige und freute sich. Er tätschelte mir den Kopf und legte mich ins Körbchen zurück. Von nun an hat er mir immer wieder eine von diesen kleinen gelben Erbsen gebracht. Die Bauchschmerzen ließen allmählich nach. Ich verspürte auch immer weniger Lust zu sterben. Und eines Morgens habe ich mir dann gesagt, ach was, ich bleibe lieber doch am Leben. Nun bekam ich auch wieder Hunger und er brachte mir ein Stück Fisch ans Körbchen. Wie das schmeckte! Dann schenkte er mir diesen kleinen weißen Lederball und ich habe zum ersten Mal wieder gespielt. Krank sein ist gar keine üble Sache, sobald man weiß, dass man nicht zu sterben braucht. Trotzdem möchte ich seither lieber gesund bleiben. So Kiki, jetzt weißt du, was man tun muss, um nicht krank zu werden. Du darfst nie verbotene Dinge fressen. Der Unsrige tut es ja auch nicht. Verstanden?